So, Laterne anbringen. Jetzt muss ich aber erstmal hier raus und zwar raus aus meinem Haus. Äh, da war da vorhin gar kein Brennstoff drin, oder? Tür auf! Ach, das ist die Tür. Alles klar. So, da ist die Tür jetzt auch auf. Wunderbar. Brennstoff. Ich weiß noch nicht warum ich jetzt so viel Brennstoff kriege, aber es wird schon seine Gründe haben. Ich muss aber erstmal mein Inventar mal ganz kurz leer machen. Ich hab so viel hier drinnen. So, Alter, was hab ich denn alles drinnen? Das tun wir mal rüber. Auch mal rüber. Auch mal rüber. Keine Option mehr für die Hütte. Nehmen wir das hier. Ähm. So, nochmal zurück in das Haus. Und ich musste... Muss ich denn hin? Nach oben. Genau. Nach links, nach oben. So, Marguerite ist tot. Das ist schon mal sehr schön. Komme ich da auch noch drum rum? Ja. Da waren wir drinnen. Da müssen wir rein. Und das letzte Mal. Was war das? Teufel. Wieso geht hier das Klavier? Daniel. Oh, come on. So, was soll ich nochmal holen? Einen Kopf oder einen Arm? Irgendwie war doch was. So eine Spielzimmer. Hä? Oh, nee. Hier gehe ich nicht rein. Alter, aber was ist hier drunter? Farce. Evelyn. Evelyn. My family, my family, my family. Schuhe? Puppen? Okay. Boat. What the hell is going on? Okay. Alter. Oh, Zammriss, Leute. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. What the fuck? Bleib fort. Äh. Äh. Okay. Pium. Das heißt, kein Dunst. Ah. Ist das ein Kind gewesen? Oder wie muss ich das jetzt so... Die ist ja ja arm. Oh mein Gott, ich schätze, das ist ja. Okay. Äh. What the hell? Also, wo bin ich denn noch gelandet? Aus. Also, was ist hier nur Faser? Oh mein Gott. Hey. Was ist hier los? Oof. Oh my God. Oh. 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 Das ist doch nicht mal normal. Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Na, ich bin gespannt, wer das jetzt ist. Ohne Scheiß. Ich bin jetzt echt volle Bude gespannt. Weil ihr könnt mich echt mal am Arsch lecken. Das Jenseits gibt... Was? Das Jenseits gibt da... Sie wartet im Wohnwagen auf mich. Ist klar. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel. Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen... ...Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Du bist schon ganz scharf drauf. Aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich. Oh, komm schon. Sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Ich muss da gar nicht hineingucken. Wo ist denn der? Da. Hä? Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf das Miststück. Hä? Okay. Warte. Also, wir können erst mal das da hin tun. Zerlegungsraum, zerlegungsraum, was da unten. Ah, okay. Da muss ich wahrscheinlich wieder ganz schnell durch. Und ich mach das jetzt mal. Wir haben noch einiges davon. Schießpulver. Antike Münzen, Autoschlüssel, Schatzfoto, Mech, Korbelkraut. Spaltmittel. Ah, das ist ja krass. Ne, wir probieren das so, dass ich da unten so reinkomme. Also, sag ich jetzt mal. Krasser Shit. Ähm... Zerlegungsraum. Können wir theoretischerweise schon mal hinlaufen. Ah, das Deputy soll ich dann finden. Okay. Gut, hier ist es aber noch kaum. Äh, Dietrich. Nice. Karte. Das war doch eigentlich, wenn ich hier reingehen kann. Ja. Roma ist nicht mehr da, okay. Gut. Geh ich hier jetzt zu speichern. Und in der nächsten Folge gehen wir nochmal in den Zerlegungsraum runter. Äh, da war jetzt auch nichts weiter. Gut. Läuft. Also, in der nächsten Folge ab zum Deputy. Zur Leiche. Haha. Nachdem? Yay. Ja.